Hallo und Willkommen zu einem kleinen Info-Video Ja, das ist ein richtig wichtiges Video und denn Ich und RazerMainXGaming, den dürft ihr eigentlich schon kennen, wenn ihr länger auf meinem Kanal seid Das ist mein Aufnahmepartner Wir erstellen beide einen YouTube-Kanal Also Weil ich hatte nämlich das Problem durch meinen PC Ich hatte irgendein Problem Ich konnte nie so richtig die Videos richtig schnell hochladen Wir wollten jetzt ein neues Projekt, nämlich namens Volz machen Was dann natürlich auch kommt Und ich kann das einfach nicht hochladen Er hatte schon 20 Minuten hochgeladen und mein Video war erst bei 4% Also irgendwas hat das da Jetzt haben wir einfach beide einen Kanal gemacht Und der heißt Die Nuklearen zocken Ich schreibe euch dann auch in die Beschreibung Oder Ich könnte auch dann unten in der Beschreibung schauen Ich schreibe dir das dahin Wie der YouTube-Kanal heißt von uns beiden Ich weiß das jetzt noch nicht ganz genau Weil Mein Aufnahmepartner macht das gerade Also Ist jetzt eigentlich auch egal Das ist eigentlich nur ein kleines Info-Video Wo ihr erfahren sollt Dass wir halt jetzt beide einen YouTube-Kanal haben Tja Und Da kommt halt dann immer so ein Projekt mit uns beiden und so Und Wir sind dann beide auf dem YouTube-Kanal Da müsst ihr ja nicht mal Uns beide abonnieren, um immer alles zu sehen Sondern dann könnt ihr einfach nur Den einen YouTube-Kanal abonnieren Da kommt dann einfach immer alles Auf meinem YouTube-Kanal Und auf Razer Mining Scam Bis an den YouTube-Kanal kommen dann fast keine Videos mehr Es sind nur so ganz Videos, die Der andere nicht weiß oder so Kleine Videos Andere Videos Kleine Tipps kommen vielleicht von mir, aber Sonst kommt alles andere Wie zum Beispiel Minecraft-Voltz, was wir gerade haben am Laufen Das kommt dann halt auf dem YouTube-Kanal von uns zusammen Wenn es euch gefallen hat, dann Aboniert doch den anderen YouTube-Kanal Und Dann würde ich mal sagen Ciao Und Ciao